Hi und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Als ein Spielstand, beziehungsweise zwei Spielstände, da hinten, weil wir ja nicht laden wollten, mussten wir mal den automatischen Speicherstand voller Wolke nehmen. Nämlich das war, als ich ein paar Screenshots für mein neues Kanalbanner aufnehmen wollte. Übrigens wäre cool, wenn ihr dazu mal ein bisschen Feedback hinterlassen würdet, auch wenn die Screenshots aus Fallout irgendwie von dem Profilbild überdeckt wurden, was ich nicht bedacht hatte. Naja, ich muss mich jetzt nicht mehr ändern. Oder vielleicht irgendwann mal doch. Aber jetzt nicht. Dabei ist mir was Lustiges aufgefallen, nämlich wenn man mit unserem Rex hier spricht. Keine Ahnung, wieso mir das davon hier aufgefallen ist. Bisschen also, wie es mir überhaupt aufgefallen ist. Das ist so ein Moment, wo ich mir wünsche, dass du sprechen könntest. Willst du mir sagen, dass ich die nächste Person erstechen soll, die mir begegnet? Ich glaube mal nicht, aber wir fragen es ihnen einfach. Ich verstehe jetzt überhaupt. Ist ein radioaktiver Wirbelsturm im Anmarsch. Kriegst du einen Hinterhalt? Und da muss wohl jemand in den Brunnen gefallen sein. Tatsache. Schauen wir uns diesen Brunnen mal an, mein Braver. Aber welchen Brunnen? Das weiß ich nämlich wirklich nicht. Was zur Hölle, welcher Brunnen? Die Wald wird dann damit sicherlich gemeint sein. Und ein Brunnen habe ich irgendwie hier auch nirgendwo gesehen. Schade, dass man es nicht hinführen kann. Der weiß, dass irgendwo jemand im Brunnen liegt, aber weiß nicht, wo der Brunnen ist, oder was? Hält. Oh Mann. Na, schlagen wir uns erstmal wieder zur Straße durch. Ja, vielleicht finden wir mal irgendwann zufällig den Brunnen, wenn wir hier, wie so oft, ziellos, das Ödland durchstreifen. Das Viech ist schon tot. Oh Mann. Da treffen wir bestimmt gleich noch mehr von. Das will ich gar nicht. Da ist ja schon die Straße immerhin. Oh, zu Hölle ist hier ein Brunnen. Hier ist alles andere ist ein Brunnen. Alles völlig verdorrt und ausgetrocknet. Also was willst du? Im Brunnen, was will ich mit einem Brunnen? Ich habe ja gefragt, ob der hier ein Brunnen liegt. Wie komme ich überhaupt drauf? Hier ist kein Brunnen. Ich hoffe, der Speicherstand klappt jetzt wenigstens mal. Weil das Problem habe ich manchmal das öfteren. Manchmal das öfteren. Ja, genau. Dass irgendein Spielstand von vorne einfach mal nicht laden will. Beziehungsweise ein paar Anläufe brauche, aber den habe ich jetzt oft genug ausprobiert. Und der wollte nicht. Geplünderte Greifengüterkarawane. Okay. Gucken wir uns mal um. Okay. Nichtsichtiges. Und ich ist hier nichts, was uns auch blühen könnte. Mein Aschehäufchen. Okay, das sagt uns mindestens schon mal, dass das kein von diesen Viechern war. Oh, da hat jemand wahrscheinlich... Die Karawaten überfallen, um die Flaschen auszudrinken. Der, der, der. Plasmagewehr. Uh. Milch. Milch. Die Milch ist noch nicht abgelaufen. Er kann nicht weit sein. Die können wir auf jeden Fall reparieren. Hm, seltsam. Nicht irgendwie eine wichtige Notiz, die der... Typ, der das war, oder ich schätze mal, es war ein Typ, wenn hier... Aschehäufchen eines Gewäßes rum... Äh, das was mal Gewäß rumliegen. Ähm, Schale. Von dem finden wir erscheint nichts. Na, auf jeden Fall mal weiter. Ich versuchte mal irgendwie zum Gehen, da die doch recht stark sind. Das heißt recht stark, ein recht starkes Gift dabei haben und wir nichts haben, um diesem Gift entgegenzuwirken. Obwohl haben wir doch irgendwas und... Oh, hab ich das... Übersehen. Jetzt weiß ich grad gar nicht. Mal schauen, ob wir irgendwie... Nö, nö, nö. Wir haben doch nichts gegen das Gift. Hm, schade. Vielleicht können wir uns irgendwas machen. Wenn wir denn mal wieder in die Stadt kommen. Was ist denn jetzt wieder da oben, ey? Das gibt's doch gar nicht. Müssen wir da hoch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da irgendwas. Wir folgen jetzt einfach dem verdammten Straßenverlauf. Ich will endlich den Hund mal wieder zusammengeflickt bekommen. Und dann merken wir uns einfach, dass da oben noch irgendwas... Da sie sich nicht eingenässt haben, wissen sie wohl nicht, wer wir sind. Wow. Nächstes Mal bringe ich meine Sense mit und trage einen schwarzen Umhang. Die RNK schickt nach uns, wenn schrecklichen Menschen etwas Schreckliches angetan werden soll. Na und? Scheiß auf sie und scheiß auf die RNK. Sie haben drei Tage ihren Ruf bei der RNK zu verbessern. Oder wir kommen, um sie zu holen. Ohne so ein nettes Gespräch. Einen schönen Tag noch, ja? Nein, wir bringen das jetzt zu Ende. Scheiße. Sie wollen nicht mal die paar Tage mehr leben? Gehen Sie. Lassen Sie sich nochmal flachlegen oder so. Wir gehen. Drei Tage. Oh, nein, ich verschöne die Munition nicht aus Spaß. Okay. Wir haben drei Tage, um nochmal... Ich überlege gerade, wir müssen auf jeden Fall... Also ich spiele jetzt nicht auf den Witz an, die ihn da gebracht haben, aber ich überlege gerade, wie wir uns wieder unsere Lebensenergie hochbekommen, da wir nicht mehr allzu viel dabei haben und ich weiß nicht, ob es dann ein Bett gibt. Na ja. Wird schon irgendwie so stark, können die auch nicht sein, diese RNK-Ranger, solange es nicht die RNK-Scharfschützen sind. Dann wird anscheinend die Straße auf, okay. Gehen wir mal nach links ab. Also ich knall dir jetzt mal einfach nicht so ab, sondern lass mal den Ding ihren natürlichen Lauf und warte mal ab, was dann passiert. Vielleicht kann ich noch ein paar lustige und provokante Gespräche mitnehmen. Weiß ja nie. Oh, bin ich mal gespannt, wie wir landen. Dem Straßenverlauf zu folgen, auf jeden Fall am Ende einer Straße. Und im Inneren dieser Bergansammlung, wie wir auf der Karte schon des Öfteren gesehen haben. Aber uns läuft tatsächlich mal nicht über den Weg, was wir erschießen können oder das uns erschießen will. Oder vergiften. Oder zerfleischen. Oder was auch immer die Kreaturen dieses Ödlandes für Gelüste haben. Vielleicht irgendwas, aber ich glaube, das ist nur ein Brahmin. Das will uns ja nichts Böses, wenn wir ihm nichts Böses wollen. Oh Gott, ist das noch weit. Ganz in den Streckchen. Ich drücke schon wieder die ganze Zeit schnell speichern. Ich habe die Ahnung, dass gleich irgendwas passieren wird. Weil es dann doch zu ruhig ist. Ich hoffe einfach mal, dass ein Brahmin ist. Können wir das hier mitnehmen? Ja. Ich will jetzt auch nicht die Stimpaks sinnlos raushauen. Doch nix. Weil ja, wie gesagt, in einem Bett schlafen das gleiche bringt und nicht allzu viel kostet. Ich wusste es. Okay. Das war noch zu bewältigen. Aber wo kommt das her? Hier sieht es auch wieder cool aus mit der... anderen Flora hier. Stark. Nehmen wir trotzdem ein Auto lieber. Können wir die Landschaft genießen. Und wir sind 20 Mal so schnell am Ziel. Okay, 20 Mal ist sogar noch untertrieben. Oh. Gerade wo ich immer die Waffen wegstecken will, um schneller zu laufen, kommen natürlich schon wieder... ...die nächsten Viecher angehüpft. Okay, die Präzension lässt... ...verdammt nochmal zu wünschen übrig. Legt vielleicht daran, dass unser Energiewerfenskill wirklich unterirdisch ist. Ich glaube, das bringt mich allzu viel mit der Waffe rumzulaufen. Nehmen wir lieber das gute alte Jagdgewehr. Okay. Doch, wir sind wirklich halb tot jetzt. Hat uns einfach das Viech angecharged. Wie viel auch hier davon sind, äh. Da war unser Hund, da flasht die einfach alle. Da kennt er nix. Also, das ist ganz praktisch. Da sparen wir Munition für die kleinen Trash-Gegner. Und dann einen treinen Gefährten. Ne, will ich jetzt mal mal haben, Rex. Rex aus. Das ist meiner. Das halten die aus, echt? Wow. Nein. Oh, Rex. Gibt's doch nicht. Rex, Rex, Rex. Das ist einfach zu gut. Oh, da hinten ist doch schon mal was. Schneebedeckte Gipfel. Uh. Nähert sich da tatsächlich ein atomarer Winter. Oh, okay, ruckel, ruckel. Und da sind wir auch jedenfalls schon dort, wo wir hinwollten, schätze ich mal. Wer steht da denn? Äh. Warum ruckelt das Spiel jetzt so? Was zur Hölle? Na, ganz im Ernst. Achso, das sind Supermutanten. Wieso leben hier Supermutanten? Wieso greift ihr uns nicht an? Manchmal vermisse ich es, in der Armee des Meisters zu sein. Okay. Willkommen in Jacobstown, Mensch. Sie können sich frei bewegen, aber starren Sie das Nachtvolk nicht an. Sie wären nicht gern angesehen. Und wenn Sie zu R.N.K. gehören, sollten Sie das für sich behalten. Die ist hier nicht sehr beliebt. Keine Sorge. Ähm. Ich bin auf der Suche nach Dr. Henry. Der Doc ist in der Hütte. Ähm. Gibt es hier irgendwelche Regeln in der Stadt, die ich beachten sollte? Wie in jeder anderen zivilisierten Stadt. Keinen Streit anzetteln, nichts stehlen. Dann behandeln wir sie fair. Wird doch wohl möglich sein. Okay, was machen Supermutanten hier? Und wieso sind die so überzivilisiert? Ähm. Warum mögen manche der Supermutanten hier die R.N.K. nicht? Eine Menge böses Blut zwischen Supermutanten und Menschen. Ganz alte Geschichte. Ein paar hier haben noch die Narben und Erinnerungen. Ich selber? Hab kein Problem mit der R.N.K. Haben teilweise zu hohe Ziele, aber sie bemühen sich. Die Legion ist eine andere Geschichte. Was wissen Sie über die Legion? Caesar glaubt, dass er das Wesen der Menschen ändern kann. Der Großteil der Legion folgt Caesar, nicht seinen Idealen. Ohne ihn bricht alles zusammen. Vielleicht nicht sofort. Könnte ein paar Jahrzehnte dauern. Aber es wird passieren. Das Wesen der Menschen. Gier. Ehrgeiz. Eifersucht. Sorgt dafür. Oh, ja. Ähm. Sprechen wir über was anderes. Ich hab ein paar Fragen über Jacobstown. Zum Beispiel? Welche Geschichte hat Jacobstown? War vor dem Krieg ein Ferienort. Ich habe ihn in Jacobstown umbenannt. Nach einem alten Freund. Ist vor langer Zeit gestorben. Dachte mir, wir Mutanten brauchen ein eigenes Zuhause. Die Stadt ist weit genug von Menschen entfernt, dass sie uns in Ruhe lassen. Des Tages können wir hoffentlich mit dem Rest des Irlandes Handel treiben. Kein Streit mehr. Nur noch... Frieden. Ja, ja, wenn die Leadschen erstmal fertig ist, dann geht's euch bestimmt ganz toll. Ja, aber immerhin greifen sie es schon mal nicht an. Das ist praktisch, weil Super Mutanten sind dann doch etwas hapigere Gegner. Oh, das sieht echt so aus wie so ein Ferienort. Stark. Oh, morgen gehen wir jetzt zum Skifahren und... Was machst du denn hier? Nili. Jimmy? Kleiner Jimmy? Wie groß du geworden bist. Schön, dass du deine Großmama besuchen kannst. Wie episch. Wer ist Jimmy? Oh, Jimmy. Nun stell dich doch nicht so an. Komm her und gib deiner Großmama ein Bussi. Ich glaube, dass du mich mit jemandem verwechselst. Ich... Oh ja, Liebes. Wie dumm von mir. Hab meine Medizin heute noch nicht genommen. Was kann ich für dich tun? Was tust du hier in Chekhovstown? Ich hüte Großhörner. Das sind liebe, sanfte Kreaturen. Aber manchmal ganz schön störrisch. Genau wie meine Enkelkinder. Auf Wiedersehen. Okay, Großmutter Lili. Dann lassen wir dich mal. Das letzte Mal begegnen wir mal wieder. Na, ich hab so das Gefühl, dass der hier irgendwie drin ist. Aber davor, kleiner Cut, wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich hoffentlich gleich wieder. Ciao. Ciao.